hi freunde und herzlich willkommen hier war ggaming verloh wird am start heute geht es weiter mit footies team nummer zwei upgrade spcs stehen an genauso wie letzte woche die 85 x 10 upgrade spc ist wieder da für eine woche das ganze wiederholbar und wir werden heute einige sets davon machen außerdem die rütt rütt primark moments squad building challenge ist einmal draußen natürlich auch seine leihgeschichte darüber werden wir gleich diskutieren wir haben neue objectives draußen und weitere upgrades alles gemeinsam schauen es heute an bevor wir rein starten gerne wieder liebe da lassen 500 likes gehen wir als hieraus für euren täglichen fifa 22 content falls ihr nichts mehr verpassen wollt rund um fifa 22 fifa 23 dann könnt ihr gerne hier auf jeden fall kostenlosen abo da lassen das video wie gesagt interaktion da lassen daumen nach oben da lassen ja kommentar für den algorithmus damit würde mich auf jeden fall schon mal kostenlos auf jeden fall extrem weiterhelfen dankeschön an dieser stelle auf jeden fall dafür und ja damit wie ich sagen starten wir rein in den täglichen content hier auf dem kanal immer am start auch gerne clip schnell abchecken lasst uns rein starten mit den zielen und da war was interessant ist am start schrägstrich der eine oder andere wird wahrscheinlich auch ein bisschen nerven mich nervt auf jeden fall das ea so lange lädt dass es bei fifa immer so ewig lädt egal ob beim packs im shop beim packs opening oberhalt hier im menü allgemein wir haben für zwei wochen wohlgemerkt fuhr die silberauswahl wir bekommen als gruppenreward ein 85 5er pack oder 85 x 5er spieler pack und müssen dafür insgesamt sieben siege holen bekommen hier die ein oder andere player big geschichte zurück ja was wir machen in die silberauswahl rein falls euch jetzt fragt was ist das ich denke das ist ganz selbsterklärend also hier genau silber die ganze geschichte und hier haben wir footies gold da ist maximale chemie leihspieler genau 0 88 gesamt rating oder niedriger genau 18 spieler nur seltener team of the week spieler mindestens 18 und genau gold vier partien pro tag und halbzeit länge ist drei minuten das ist eine ganz coole geschichte da kommen wir aber später zu und zwar hier footies gold auswahl da heißt es ihr müsst reingehen zu der gold auswahl ja hier also auch sieben siege zu holen für gewisse player picks als gruppenreward ein 184 85 plus player pick und ihr müsst euch jetzt an der frage oder ihr müsst euch die frage stellen gehe ich dahin möchte das ganze einmal spielen oder eben nicht ja ich denke das ist jedem frei gelassen wie er lust und laune hat man kann es mit dem man kann es aber auch links liegen lassen lasst mich gerne eure meinung mal in den kommentaren dazu wissen gehen wir direkt weiter zu den squad building challenges und da geht es los mit dem footies tab was habe ich hier noch drin ah das habe ich jetzt auf dem clip schnell hochgeladen gerne abchecken vielleicht packt ihr euch auf sie sonst auf dem clip channel einfach abchecken link ist in der beschreibung wie ihr das ganze kennt also gehen wir erst mal durch übrigens gestern traumteam spc haben viele gestern in die kommentare geschrieben äh das ist doch voll die geile spc brause squad abgeben zwei seltene goldspieler packt ist tradable freunde ich habe einfach nur mich überall aufgeregt dass der reward halt zwei seltene goldspieler ist warum gönnt ihr eh nicht es ist ende juli einfach mal 50k set 35k set ich finde das wäre doch auf jeden fall viel viel geiler als eben zwei seltene goldspieler na darum ging es mir gestern das noch mal kurz zur erklärung ja also upgrades sind da unter anderem die 85 mal 10 upgrade zwei mal beziehungsweise in zwei tagen wird das ganze refreshed ist einmal insgesamt wiederholbar läuft ab in sechs tagen also so gesehen quasi dreimal refreshed innerhalb eben der zwei tages zyklus und außerdem haben wir ihr seht es hier die 60 bis 64 x 5 upgrade geschichte am start falls euch da jetzt fragt was müssen wir denn da abgeben mindestens bronze 20 team schmied und da eben die bronze spieler falls ihr welche braucht für upgrades und so weiter und so fort dreifach upgrade ist auch da für die silber spieler drei seltene mindestens bronze und das sind die upgrades diesbezüglich die auch heute neu am start sind jetzt aber kurz erstmal zur 85 x 10 upgrade und hier stellt euch die frage was müssen wir denn wieder abgeben es ist ein 87 grader sport 55 team schmied anzahl der spieler sind logischer elf und ein team of the week beziehungsweise team of the season muss mit dabei sein also genauso wie beim letzten mal auch ungefähr 120 bis 130 tausend münzen die ihr da ausgeben müsst bei mir jetzt hier alles reines futter ich zeige jetzt das erste bis zu untradable ich glaube einer tradable oder quarts und bruno vernanz lehn und 83er die zählen ja jetzt eigentlich nicht auch in riemendes nicht aber wie gesagt die meisten high rated auf jeden fall untradable alles für mich erstbesitzer hatte ich im verein und wie gesagt bekommen ja jetzt auch 10 85 plus spieler wieder freunde ich würde sagen wir gehen das erste 85 x 10 upgrade hier auf meiner road to glory testen mal das ganze was das ganze denn wunderschönes gibt und deshalb gehen wir da auf jeden fall rein vorab bevor wir in das set gehen kurz mal hier in den icon tab reinspringen denn da haben wir jetzt hydrille draußen ihr seht es hier einmal und jetzt festhalten 15 segmente sehr sehr überteuert 66 tage zeit genau braus und silber kennen wir 85er 86er ein 2 86er ein 87er natürlich 2 3 dann 2 88er hier dritter hier 89er noch einer zwei davon und dann noch last but not least ja 92 also freunde der sonne wenn man wirklich bedenkt dass da wirklich auch richtige rüllet gegen biests aktuell schon auf dem transfermarkt sind die wahrscheinlich weniger als 100k kosten hätte ich tatsächlich damit gerechnet dass sie jetzt gerade und ich habe es eben schon mal betont bei der spc nur und das war nur eine easy peasy spc puzzle spc aber wieso wieso gönnt ihr eigentlich am 25 2022 einfach bei retrolitten günstigeren squads zehn squads neun squads einfach ein bisschen günstiger oder wie seht ihr das ganze ich finde es auf jeden fall ein bisschen bodenlos 15 segmente muss das sein ich finde ihr hätte auch auf jeden fall mag gönnen können so bevor wir gleich vielleicht sogar zu football reingehen aber ich glaube den müssen wir uns eigentlich nicht groß an anschauen ich denke die meinung ist da eigentlich ganz ganz klar ich kann mal gerade schauen schon ob bei food bin schon eine meinung da ist aber er kommt auch nicht gut an 20 prozent daumen hoch ist da am start also freunde der sonne ich weiß nicht ich weiß nicht was ich dazu sagen soll so jetzt haben wir sie am start in der goldenen mitte sozusagen werden es doch hier gerade da ist es genau 85 x 10er pack wir machen es auf in drei in zwei in eins let's go freunde daumen sind gedrückt und es lädt natürlich wieder ewig wie am anfang des videos gesagt wen haben wir team of the season fängt es damit an numbers up team of the season italien stürmer ok 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 friends 96 rating im team of the season nehmen wir mal mit das ist doch schon mal ein guter anfang das ist doch schon mal sehr sehr guter anfang wie geht es weiter was ist dahinter komm hier bitte zeig uns was gutes man will gar nicht hingucken manchmal es lädt ewig was ist hier los alle in game oh zwei team oh mein gott wir kriegen walker zurück das ist schon mal sehr sehr geil wir kriegen noch und 95er carles hill wow wow der ist auch mega und auch mega günstig aber die richtige karte habe ich schon mal gezockt er natürlich auch dementsprechend günstig semi ohne meteo scuña könnte ich jetzt für den brasilien squad natürlich einmal testen waran ist am start und dann zwei 85er tatsächlich der oder beziehungsweise im babu ja auch noch als special karte drei stück und der rest higher rated 91er 3 über 90 freunde damit bin ich sehr sehr zufrieden sogar im babu kommt wieder gleich rein in der spc ja aber ich habe tatsächlich damit gerecht dass mehr normal gold karten am start sind also insgesamt 1 2 3 4 5 6 7 special karten was hattet ihr in eurem set schreibt es schon mal rein in die kommentare und damit rein in den nächsten 85 x 10er packs also let's go und rein da so freunde set nummer zwei steht einmal an und das wollen wir natürlich öffnen hier für das hauptvideo und wir schauen rein was gibt das ganze top oder flop also wie gesagt bin sehr sehr zufrieden mit meinem set flow which den hatte ich tatsächlich auch im glaube ich vor vorletzten 85 x 10er was ich gehabt habe auch hier 96er team of the season sieht man sehr sehr häufig anscheinend auch und darf auch nicht unten kein 92er und dann noch in common ey das ist ein mega set das ist sehr sehr gut also fettes gg geht auf jeden fall raus mega nächstes let's go so freunde es geht schlag auf schlag pack nummer drei totti nomini 89er rating das könnte böse werden tiago rettet am ende noch aber schulz im barbu 2 85 aufzieht wieder common wäre ich glaube ich jetzt nicht so zufrieden mit vor allem im verhältnis zum eben im set lass uns rein ins set nummer vier let's go da ist das nächste set set nummer vier freunde und es wird ein headliner england rechte außenverteidiger das ist den den wir zu letzten objectives hatten james wieder 89er rating wird es böse wäre ich auch nicht mehr zufrieden das ist wirklich nicht nicht so nice aber futter pack rein in die nächste wahrscheinlich nächste ja muss man einfach so sagen eins zu eins kannst es ja wieder die 85 x 10er reinpacken das ist das schöne und dann quasi einfach einen neuen versuch einmal wagen also rein in pack nummer fünf so freunde set nummer fünf und das sind wir glaube ich schon bei set nummer sechs freunde und diesmal was ist was ist das denn äh freunde das ist nicht dein ernst oder das ist nicht dein ernst ist das die high-ratedste nein hä ach er ist einfach ach wegen der 15k diskart ist er vorne dran henderson 93er ganz hinten dran 89er ödegard und goretska also freunde das war wirklich gerade der schock aber auch hier wieder zu viel 85er und 86er würde ich sagen oder unterm strich aber das ist auf jeden fall noch lack am ende des tages so freunde last but not least haben wir jetzt das 85 x 10er pack nummer sieben wenn ich richtig mitgezählt ab das glaube ich jetzt das letzte und hier wieder ein team of the season das ist schon mal sehr sehr gut und es ist ein haaland 95er rating diesmal kein 96er sondern 95er wer ist hinter hana täglich schon persönlich in rot die die spieler ähneln sich immer ob es team of the week show ist ob es waran ist chesney ähnlich ähnlich eigentlich immer ne also freunde das soll es auf jeden fall gewesen sein zu dem montag video ich hoffe wir sehen uns morgen wieder täglich hier für euch am start auf dem hauptkanal lasst ein abo da wenn ihr es noch nicht getan habt aktiviert die glocke lasst einen daumen nach oben da und gerne auch für den algorithmus ein kommentar nicht vergessen was hattet ihr in eurem set schreibt es mir in die kommentare und wir sehen uns dann morgen in einer frische wieder haut rein euer flo von archi gaming tschau lot die 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 Vielen Dank.